Was ist die Medien- und IT-Dienstleister? Laudat ist ein führender Medien- und IT-Dienstleister und wir beschäftigen uns damit, tagtäglich Medienprozesse effizienter zu gestalten. Laudat kann man am besten begreifen, wenn man sich die vier unterschiedlichen Geschäftsbereiche anguckt. Und zwar sind das einmal die Medien-IT, das ist die Medienproduktion, das ist die Fotografie und der Digitaldruck. Und in diesen Geschäftsbereichen sind wir in Deutschland mittlerweile mit 370 Mitarbeitern unterwegs. Und zwar an den Standorten einmal im westlichen Münsterland, im schönen Freden, dann noch in Hamburg und in Stuttgart. Zudem haben wir weitere Standorte einmal in Bangkok und in Vietnam, in Ho Chi Minh Stadt. Laudat kennzeichnet sich dadurch durch die enge Vernetzung der vier Geschäftsbereiche, die ich gerade auch schon angesprochen habe. Das bedeutet, wir haben ein sehr breites Know-how und können dieses Know-how nutzen, sowohl für unsere internen und eigenen Prozesse als auch eben für Kundenprozesse und Projekte. Hinter den hohen Automatisierungen und Prozessen stecken natürlich immer noch Mitarbeiter, die mit viel Herzblut an die Dinge und Projekte herangehen. Ja, Laudat betreut Kunden aus unterschiedlichen Bereichen. Wir betreuen Kunden aus dem Versandhandel, dem Handel und der Industrie. Dazu zählen dann Kunden wie Bonprix, Karstadt, Klaas, Brillux oder auch Grohe. Und diese Kunden betreuen wir zum Teil in einzelnen Geschäftsbereichen, zum Teil aber auch durchweg über alle Geschäftsbereiche. Dazu zählt dann beispielsweise auch Jack Wolfskin. Ja, Laudat ist bereits seit vielen Jahren Partner von Werk 2. Wir haben auch früh erkannt, dass die Automatisierung gerade im Bereich Print eine wesentliche Rolle spielt. Und seit 2014, da hat Werk 2 den Partnerstatus Enterprise Solution Partner vergeben. Seit 2014 sind wir dann eben auch Enterprise Solution Partner. Und was ich da vielleicht noch ergänzen kann, wir sind auch gerade stolz, dass wir 2015 der Partner des Jahres geworden sind.